Musik Kannst du irgendwas noch abreißen? Alter Filmjob Mach mal durchquatschen Achso, Henk Mach dein Mikrofon an Na ja, danke So geht los heute Und wenn du mir dich gibst Du kannst Ich muss aber nicht vergessen Ich wiege einfach mal 30 Kilo mehr als ich Ich lass das rechts auf der Hauptbahn Sof mich hin hoch drauf Noch, noch, noch Ja, da musst du passen Ich hab doch mal solche Sachen, weil das ist immer so, ich merke der Boden ist einfach und du sagst nur so, fuck, 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 fuck. Alter, wo seid ihr in die Hand gelaufen? Ne, mehr Ahnung. Ja, war ganz schnell. Seid ihr hier auf die Balken gelaufen? Ja. Oh, seid ihr bekloppt? Ja. Nee, nicht da, eben weiter, weiter, weiter. Ja. Ach so, hier auf die. Alter, kickt euch das da mal an, Junge. Wie tief das hier runter geht? Wie kam das runter gefilmt? Boah, fick dich. Weil es geht hier bis in den Keller, von hier aus. Ach du Scheiße. Ey, ihr wisst schon, dass ihr kühlen Arms habt. Ihr seid völlig behindert. Ich geh den anderen Weg. Nee. Okay. Alter. Ich nehm den anderen Weg. Guck mal. Na, wo bin ich auch der Box? Bis in den Keller. Boah. Ach. Aber 5 Videos davon brauchen wir ja nicht. Komplett zerstört das Ding. Körner die Körner, die den Körner nun schnappenlosen. Schnelle die Körner herbe herausfinden. Möchtern wird die Körner der Körner hinfinden. Fisch zum Knacken mit dem Körner der Körner herbein. Fisch zum Körner, ein Worte zum Körner oder wunderbarer. Die Körner hat es beobachtet. Vielen Dank. Das war's für heute. Ich bin jetzt schon so 10 Meter verletzt Und hier haben wir jetzt ja großen, großen Schleidungen können. Das war's. 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 Das war's.